Für mich war die psychosomatische Medizin eigentlich das Endziel und ich bin froh, dass ich das leben kann über die Erfahrungen der Notfallmedizin, das Erlernen der traditionellen chinesischen Medizin, dem Auseinandersetzen mit psychiatrischen Krankheitsbildern als Psychiaterin kann ich jetzt in der psychosomatischen Medizin meine Patienten ganzheitlich behandeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017